Alter, ich finde hier so viel Zeug. Hochwertiges Schießpulver. Wie soll ich das alles mitnehmen? Elektro-Teil. Geht das nicht dauernd. Komm rein. Ernsthaft? Okay. Oh, ich habe irgendwo mein Messer. Okay, mein Messer ist weg. Ernsthaft? Blankgranate will ich nicht. Ich brauche das Elektro-Teil auf jeden Fall. Ne, das Elektro-Teil bringen mir doch gar nichts mehr oder? Ich nehme mal das Steuerrad mit. Weil da muss ich eh hin. Wegen der Schotwinde. Wo bin ich eigentlich? Ach, ich bin hier? Fuck. Dann brauche ich das Elektro-Teil. Ich kann aber nichts wegwerfen. Ich muss die wegwerfen. Okay. Wo ist das Elektro-Teil? Hier. Asozial. So. Jetzt will ich die Waffe da drin verstauen. Dann haben wir schon mal einen Platz. Frei. So. Schießpulver ist auch da drin. Das Zepter kann man auch noch da rein machen. Oder? Okay. Jetzt gehen wir zurück und sammeln den Rest vor allem. Dein fucking Ernst? Okay. Schießpulver. Blankgranat. Vielleicht nicht irgendwo noch Farbbände? Zum Speichern? Ah, hier. Boah. Okay. 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 In aller Ruhe. Jetzt gehen wir nochmal raus. Und laden uns erstmal wieder ab. Speichern wir? Ich glaube wir speichern. Jetzt können wir ja das hier kombinieren. Und dann... Ah, halt. Okay. Pass auf. Blankkanal verstauen. Futschi du! Hi! Ähm. Wir verstauen das mal. Wir nehmen mal das heraus. Kombinierend ist. Dann haben wir da... So. Das brauchen wir nicht. Hi! Lange nicht gesehen. So. Lange hier jetzt nochmal irgendwas. Ah, hier hochwertiges Schießpulver. Okay. Sonst war ja das glaubt nix mehr. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier. Okay. Äh. Dahin war ja eigentlich nix mehr. Okay. Dann sind wir hier eigentlich durch. Aber ist auch gemein, dass man nur so ein kleines Inventar hat, ey. Dann tue ich jetzt auf jeden Fall mal Speichraum. Ach. Dankeschön. Ach. Ja. Ja. Ist auch schön dich zu sehen. Halt. Ach. 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 Tatsache spiele ich auch dieses Spiel. Weil. Ich habe auf Steam gesehen, dass es auf seiner Wunschliste war. Und. Deswegen. Spiel ich grad. Ihm zuliebe spiele ich grad. Wer sind denn Evil 2? Da kommen wir nicht rein. Aber da kommen wir rein. Gehen wir da doch mal rein. Komm. Alter. Wer ist schon da zum. Ja. Da kommen wir nicht rein. Alter. Alter. Was. Was. Wohlen haben wir nicht so viele. Ich hab nix mehr zum heilen. Ich hab nix mehr zum heilen. die haben wir gerade gespeichert ich habe als safe nichts mehr zum heilen wir haben den zünder findet man irgendwas zum heilen geht doch was stand da gerade keine ahnung eine blende galade ein bretter da bitte scheiße Alter, das war nicht schlecht, oder? Okay Geh down Schei doch nicht so Okay Boah Wir haben halt nichts mehr zum Heilen Nichts mehr zum Heilen Oh, guck mal Okay, der geht auch bald drauf Okay, wie kommen wir jetzt nochmal Wir müssen nach oben Nach oben Weiter nach oben Oh, wir haben das Inventar schon wieder fast voll, ne? Oh, fuck Nee, da will ich nicht lang Haben mich im Raum geirrt Wie kamen wir denn durch den blöden Lüftungsschacht? Das war auch hier, ne? Das war eher auf der anderen Seite Ja, hier kann man wieder raus Oh, fuck Oh, fuck Oh, verpisst euch doch Warum müssen die? Was ist nämlich die Sache? Wir können hier nicht drüber springen, ne? Oh, kann der kein bisschen springen? Was ist das für ein Lappen? Oh, wir haben den Zünder, ne? Okay Können wir das hier nämlich auch machen Zünder So, müssen wir das vielleicht mal Untersuchen Da fehlt ne Batterie Was hier noch? Munition Die sind ganz schön kaputt Die sind ganz schön kaputt Hoffentlich findet man da unten irgendwas zum Heilen Hatten wir die jetzt alle down? Schnell vorbei Schnell vorbei Schnell vorbei Akten zu Akta Ist doch nicht wahr, Mann Verdammte Scheiße Ich glaube jetzt endlich Endgültig, bitte So Ja, Mann So, wir müssen wieder hier lang So Wird jetzt auch erstmal die Schnauze Ich will hier rein So Das da drauf Was zum Heilen Ich komme ja damals Oh, nee Okay Ich dachte, der fällt mich an Ach, Schwarzpulver Was zum Heilen brauche ich, Leute? Ist auch nett Ah, toll What the fuck? Ach, das sind die, wo ich leise sein muss Na toll Okay Fahrbahn wird er hier rein Was habe ich denn jetzt nochmal genau hier hinten gekriegt? War da irgendwas wichtiges? Müssen wir da nochmal hin? Nee, ich will da nicht mehr hin Ich will da nicht mehr hin War da irgendwas wichtiges? Ich weiß es nicht mehr Ich weiß nicht mehr, ob wir da irgendwas wichtiges gefunden haben Ich glaube nicht Ich hoffe nicht Ach, guck mal Okay Achso Das ist ja die übrigste Abkürzung Warum muss ich da nochmal hin? Er lebt noch Warum muss ich da nochmal hin? Er kommt schon raus Der darf da nicht raus Der darf da nicht raus Der darf da nicht raus Sobald ich da reingehe Haut er mich Wir warten jetzt mal ein paar Minuten Musste ich da hinten hin? Ich überlege immer noch War da irgendwas wichtiges? Wie viel Muni habe ich denn? 23 Schuss Ich habe halt nichts mehr zum Heilen Oh, guck mal Ach, der ist durch Ich habe alle Türen damit geöffnet Dann kann ich ihn wegwerfen Gut Das ist gut, dass wir sowas hinschreiben Gut Ich kann ihn nicht pro Ich kann ihn zurück showsvor ja ich bin auch so gut wie tot und selbst habe ich auch keine kombination ich kriege die noch ja ich glaube ich lade noch mal was wollte ich gerade schreiben dass ich tot bin das spiel hat echt in sich also verstaunen ist noch mal hat das mit dem schlitter okay dann schließen wir die tür hier auf also stand da jetzt gerade ok ja wusste hier durch das nicht raus was ok so dann können sie nur noch auf den boden echt jetzt ich schieße halt immer den kopf so jetzt gehe ich hier rein hier habe ich noch eine rechnung auf den kumpel jetzt hole ich meine muni dann speichere ich ich habe nämlich noch flinten muni und ein fahrband ich speichere dann einfach so und dann gehe ich nochmal hier rein auf welcher auf 4 ist meine Waffe ok ach man du kannst null an den vorbei rennen das ist so unfair das ist echt unfair das ist echt unfair das ist echt unfair ich gucke jetzt erstmal nochmal was wir hier bekommen haben sonst lade ich gleich nochmal ah ok der wär schon gut können wir den holen die blendkanade ist es nicht machen wir den herzding lol ok wir müssen hier gar nicht zurück ok ok probieren wir es nochmal auf ein neues dann sind wir sogar da wo ich hin will ok ok am ersten können wir vorbei rennen der hier der macht nix der nächste und den wollen wir auch die fresse so dann gehen wir hier rein und wir haben oh wir können nicht mehr speichern oh fuck ok hier rein Elektrogerät nehmen probieren wir noch eine Batterie oh hier ist noch ein Kraut stimmt nice so blendgranate Bretter haben wir auch noch Inventar ist wieder voll machen wir auch dann sind wir hier dann gehen wir in den Schutzraum so und hier ah was verstauen wir hier erstmal kann man das verstauen solange wir keine Batterie haben blindgranate ist auch nicht so wichtig ok wo ist denn du jetzt her wo ist denn du jetzt her ich habe keinen Schuss mehr fuck zu viel mit der Flinte rumgeballert ok hier waren wir ja schon mal so und jetzt kommt ja der Moment und nice blindmunde wo ist es was sind was was sind du das ist ist ich kann ich auch ich mich ich aus Alter. Glendmoni. Ich hab nix. Okay. Da brauchen wir irgendwas. Ich will da rein. Fick die Henne, ey. Was haben wir hier? Noch ne Blindengranate. Brenn gegen blindes Fisch, nur nix. Komm, lass noch ne Lila. Die müssen wir jetzt aber bestimmt gleich kombinieren, aber sonst kann Platz haben. Sag ich doch. Wenn da ist vor, dann können wir die kombinieren mit der. Dann kann man die erste hier versprengen mit dem. Das können wir mit dem kombinieren. Okay. Und nur... Neun Volt Batterie. Nein, wir haben das Ding weggeschmackt. Okay, okay. Der ist hier weg. Okay. Okay, Leute. Internes Memo. Wir müssen leise sein. Da draußen ist das Vieh. Okay, wir begeben uns jetzt in die dritte Ebene. Also in die Sprecherebene. 22.09.1998. Internem Büro bedarf Verpflegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit drei Zahlenschutz vom Stars Büro in 2F ins Büro Westzeit 1F verlegt. Die Kombination lautet... Ah! L9, R15, L7. Bitte kombinieren Sie sofort nach Erhalt ändern. Büro Westzeit 1F. Okay. Gelesen. Wo ist das? Büro Westzeit 1F. Das müsste ja dann das hier unten sein, oder? Okay. Wir gehen jetzt wieder. Das ist die Kieße. Ich bin weg. WB. Nicht gut. Gar nicht gut. Also, ich geh kurz in den Safeway.